So! Herzlich Willkommen zurück zu AOE 3! younger mann johkattagen dukartagen ja Juh. Nja... Nicht gut. Dann nicht. So, äh, los geht's. Dichte Wälder. Also wichtig, hier braucht man Sägewerke. Oder? Ja, oder? Sägewerke? Ja. Ja, stimmt. Nicht schlecht. Ja, weil es hier für dichte Wälder gibt's. Ja. Vorragerer. Sondern halt nicht, ne? Sägewerke? Ja, das stimmt. Ja, was hier für dichte Wälder gibt's. Nein, da gibt's die Banditenbläser. Hä? Hä? Witzig. Nicht gut, nein. Witzig. Witzig. Witzig! 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 Du kannst davon ausgehen, dass die Sprache, die wir sprechen, genauso schlecht ist von der Grammatik her, wie die Deutsche. Ich bin... Witzig! schlicht ich weiß nicht deutsch ist es ist echt furchtbar wie sie es gesprochen haben das ist gut ja gut so jetzt nicht als in den letzten Worten vorgesehen und jetzt ja alligatoren 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 skis das sind ja nicht mehr ich habe ihn gewonnen wie oft kannst du das eigentlich? oder dauert das länger? ach ne das geht relativ schnell eigentlich das ist echt voll geil das Fernrohr ist ganz cool oder? das soll er sonst eigentlich... irgendwie hat das sonst kein Erfolg so eine spezielle Fähigkeit oder? vielleicht sind die Spanier scheiße die Krokodile sind ja hart sim Konstruktor die Kronenstruktur die Kronenstruktur die Kronenstruktur vor allem das geile ist eigentlich wirklich hier ähm ich äh greif die Krokodile an, geh zurück, geh wieder an ihnen vorbei und nix interessiert ihn nicht ein Krokodil an und für sich ist ein sehr ruhiges Lebewesen ach ich muss ja noch ruhig ja ja sehr lieb ich sag dir ruhig ach ruhig ja ich will ja 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 2 ja ja jetzt ja 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 jörg jörg so ich mache ich fange an den Ball wenn wir mit dem Ball so und so er konnte es eigentlich bei HM Pires 2 gab es jetzt eigentlich auch schon von Anfang an dass du gesehen hast was der Gegner sie ihr Freund sieht oder erst wenn du was entwickelt hast also beim 1er gab es muss Schrift schrift ja und beim 2er siehst du es glaube ich oder wenn ich jetzt sehe und dann ist es nämlich auch ziemlich spät er früh von der Zeit ich weiß es nicht mehr man weiß es nicht so was immer ein bisschen blödsinn ist wenn man Schätze hebt die viel Leben kosten dann kann man eine zeitlang echt nichts machen mit seinem Geschäft da vor allem wenn du da rumläufst dann halt er nicht ja aber du musst weil du siehst ja sonst zu dem nix wirklich ja du wie macht man denn hier zu versehen ich glaube dass wir hier so irgendwie so und auf der Höhe oder weiter unten eher so ein bisschen ist so gefährlich was ist denn da drin 100 Nahrung ja da gehe ich mal hin aber ich muss warten ne halt ich habe immer einen Schuss ich habe voll Schuss also halt du hast nen Schuss gekloppt so du da denn das passt denn da jetzt mal was man lustig finde wenn der gegnerische Einheit noch hunde nun leben hat und noch überlebt es geht doch bei dir nie oder Nee, eher nicht, nee. Bist du's so weg? Komm, schau ran. Präparate? Ich gehe jetzt hin. Ich gehe zu escutieren. Ich gehe hin. Ich gehe zu schützen. Ich gehe hin. Es ist wirklich so weg! Ich gehe zu dir負ine, und ich gehe zu schützen. Ich gehe zu escutieren. und wenn wir alle gegen müssen, dann drehe ich mich bloß um und schon steht wieder alle hinter mir. Ja, okay. Merklin. Merklin, ja. Watt, watt mit Tricks und wattet mit äh Fleischmann und äh... ja. Die sind salze. Sieh. Ja. Oh. Oh ja, natürlich, natürlich, natürlich. Ich bin über 150 drüber über meiner... fast 200. Über meinem Aufsteigen. Toll. Ich hätt's vorher auch vergessen. Sind die wahrscheinlich schon oben? Ach, du auch. Auf Experte finde ich so hart, wie schnell die da immer aufsteigen. Ja, ja. Es geht gar nicht. Es geht auch nicht. Ja, es geht nicht! Ohne Witz? Lass meinen... Oh, oh, das gewinnig, oder? Konstrutor. Was? Gimmli? Nein, das gewinnig. Nein, das gewinnig. Nein, das gewinnig. Scheiße, nein, das... Hilfe, mir mal. Also, der Held ist auch tot. Wo wüssten? Kurze. Unten der einzelne Punkt da. Siehst du denn einen, der da unten tot ist? Das bin ich. War gefährlich. Ich hab' gleich zu. Ich hab' gleich zu. Ich hab' noch so spät angefangen. Na, ich hab' aber auch gleich zu. Ach, du brauchst mit zwei? Der schießt das. Klemmer, Klemmer. Ja, ja. Äh, ist es für immer, oder wie lang gilt das dann? Ne, das... Das ist... Das ist halt kurz aufdecken. Das ist so wie bei Summen 2. Das aufdecken, was die kann. Ne, das ist länger. Das heißt ja dann offen. Aber das ist ja nicht ewig. Ja, aber eine Sekunde... Durchaus ne... Zeit, wo du sagst... Ja... Das reicht zum Spionieren. Ach, das reicht zum Spionieren. Aber Stieg kommt von dem Fall. Mann, der Sülzmann, der Sülzt wieder eine Scheiße daher. Und Sülzmann am Start? Dann wird's ja gleich wieder schlecht. Ich brech gleich... Zeh voll. So. Das war jetzt grad meine Unmut. Sehr gut. Ich... find ich auch. Was natürlich wirklich fast... Also, was wirklich ein Vorteil eigentlich ist, ist, dass ich wirklich schnell halt, äh... jetzt die Siedler ausbilden kann. Hm? Ey, 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 ey! Hola! Was denn? Ja, weil der mit Scheiß-Rotelerus angreift. Meine... meine Siedler... Ich will nicht schlauern! Ja, ich will nicht schlauern! Ich will nicht schlauern! Ja, ich will nicht schlauern! Nein, ja, ich will nicht schlauern! Nein, der wird kaputt gemacht! Jetzt gibt's! Und jetzt! Hier sind wir! Und jetzt ist das Ding! Der wird jetzt plötzlich sogar platt gemacht. Hallo! Okay, jetzt ist das ein Ding! Oh clair. Ich muss jetzt dafür sorgen! Ja. Konstruktor. Preparado? Ja. Correcto. Der greift ja auch echt dauerhaft an. Wir nehmen jetzt... Ah ja, sind ja jetzt da. Meine Einheiten. Weil ich ziemlich scheiße finde es irgendwie. Ähm... Scheiße? Ja. Schon ziemlich scheiße der. Wenn du Sachen... Wenn du sagst du willst jetzt die und die Siedler haben und im Doppelklick anklickst. Konstruktor. Mhm. Und dann auf einmal ähm... Konstruktor. Also zum Beispiel du sagst Doppelklick und du willst sie haben und du weißt genau da hast du noch welche Siedler die du nicht haben willst. Die sind aber eigentlich aus dem Bildschirm raus. Meistens wenn sie noch mitgewählt. Ja ja, das geht ein bisschen drüber hinaus. Das hätten sie irgendwie ändern sollen. Wasser, Wasser. Pfff. Irgendwie ruckelt es immer kurz. Was? Ich finde es ruckelt irgendwie ab und zu kurz. Ja. Tut so. Ist ja normal. So. Jetzt habe ich erstmal gleich mal volle Bevölkerung hier. Alter greift da die Mauer an. Nein tut er nicht. Doch tut er. Achso deine? Ja. Was soll ich denn da machen? Guck mal auf deine Türme. Was soll ich? Auf deine Türme gucken. Ich habe keine Türme. Ja guck mal was sie kosten. 250. Nein. Ob das auch für die gilt? Das ist das Team. Achso. Ein Blockhäuser. Stimmt. Gute Frage. Scheiße macht er gleich mal. Der hätte mir fast nur den Siedler kaputt gemacht. Die Drecksau. Jetzt macht er meinen Siedler kaputt. Ich glaube es nicht. Hehehehe. Ist doch doof. So eine Drecksau. So eine Drecksau. So eine Drecksau. Ja hallo. Es geht ja schon wieder auf meine Siedler los oder? Nee es bist du. Wieso gehst du auf meinen Siedler los? Nee. So ein Wechser. So ein Wechser. Oh ich habe es durchgelassen. Was? Ja du dachtest zu dir. Willst du mich jetzt verarschen? Jo. Soll der Scheiß. Nee der macht jetzt deinen Siedler kaputt. Das ist so eine Frechheit dreht der wieder um. Hehehehe. Und geht auf deinen Siedler. Hehehe. Ganz hallo. Ich will den haben. Danke. Meinst du du kannst mit den paar Münzen eine Armee aufbauen die mich schlagen kann? Ja. Wie mich die manchmal aufbauen. Geht der schon wieder auf meinen Siedler? Der will nicht, dass ich das Ding da hinbaue. Verstehe ich. Das ist hallo. Das ist mein Reich. Ich baue dahin was ich will. So schaut's aus. Und nicht anders. удивig. Ich bin jetzt im Kassel. Ich habe noch alles gesagt. Ich habe noch alles gesagt. Sein würde ich gemacht? Ernest Camiапi, eh? Feine 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 Feine. Keine. 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 Das war korrekt. Keine. 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 Das sind ja vier Berglöwen-Scheune an. Ach ne, das sind ja auch nur Jaguas. Ich glaub's nicht. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Die sind gefährlich, weil die haben viel PS. Hahaha. Hahaha. Nicht kurz? Nein. Hätte sein können. Du, da kommt was. Ne, da steht was. Ja, ja. Dann soll er kommen. Aber nicht zu mir! Hast du ein Schwert? Ja. Find's immer lustig. Egal in welchem Land. Die Piraten oder Banditen gibt's immer. Hm. Die gibt's halt überall. Konstruktor. Kratzler gibt's halt überall. Oh, ey. Ich glaub's nicht. Haha, meine Siedlerin hat einen Gesandten abgekillt. Äh, wegwacht. Bitte was? Ja, das war mir klar, dass du das nicht verstehst. Präparat! Auf geht's. Ist's zu blöd dazu! Zumal. So, wir werden jetzt zum Konkurrieten. Also. Wieder. Präparat! Jetzt geht der auf meine Kosaken los! Ich glaub's nicht! Konstruktor! Na, zum Glück habt ihr keinen Bonus gegen Pferde. Ihr seid doch so blöd. Ihr seid doch so blöd. Jetzt geht ihr da raus. So. Ich hab verdammt viel Futter. Ich auch. Aber ich hab kein Gold. Doch, ich kann nicht. Ich hab dreieinhalbtausend Futter. Und Gold? Eins, zwei. Das heißt, ich steig jetzt auf. Ich auch. Ach, da hätt ich ja schon längst. Rammt! Ich kann ja noch tausend. Ich hab das ganze auf tausend gewartet. Aber du nimmst dich auf, ne? Was nimm ich auf? Ja. Hm, was nimm ich jetzt eigentlich auf? Nee, ja, spiel. Ach so, das meinst du. Ja, Moment, ja, du hast doch gesagt, du nimmst auf. Scheiße. Wichser. Wo ist dein Schatzwichter? Hä? Bei der Alligatoren? Ich seh die aber nicht. Ach, da. Ich seh sie schon. Stell dir vor. Ey, das ist mein, das ist mein Gebiet. Kannst du... Mich. Bist du ein ganz schöner Grappler. Ja. Natürlich. Natürlich. Ja, ich kann auch, ich lass mich noch prüden. Okay, guck für die Zeitqui redeeming ist dort, Und hier, die Herr dassel gegründet hat, diese angenen Autosternke&ições und förstands 탓.